Let's play Minecraft! Ich glaub wir sollten die noch im Ofen stecken, oder nicht, Leute? Aber ich muss auch sagen, an einer bestimmten Zeit wird sich unser... Wie soll ich sagen... ...Aufnahmezeitraum verschieben, weil ich dann mit einem Praktikum anfange. Ja, der gute The Daywalker hat ein Jahrespraktikum. Aber ich warte noch auf die Zusage. An einem Krankenhaus... Als Krankenhaus soll ich einen sehr guten Ruf... ...haben. Ähm, ich weiß gerade nicht, wo ich mich nicht bewege. Das müssen wir auch noch wegbauen. Gucken wir mal nach... ...setzt, äh, fallen mal den Baum. Ah, da haben wir ja noch ne Axt. ...was ich machen soll. Nehm ich dann nochmal die Fackel. Ich schlag alles kurz und klein. Äh, ja. Und bald ist es auch wieder so weit, dass ich wieder eine bestimmte Person... ...aus meinem Minecraft-Umfeld... ...zu einem Gespräch einladen werde. ...aber wen weiß ich noch nicht. Zumal, dass sich die Aufnahmen was verzögern, weil ich hab zur Zeit... ...Bewerbungsstress und so und ich hoffe, ihr könnt's verstehen. Ja, den Baum nehme ich auch nochmal mit, dann habe ich noch genug... ...Holz. Ja, den Baum. Ja, den Baum. Ja, den Baum. Und am Montag war ich auf dem... ...geilsten... ...im geilsten Laden... ...den ich je gesehen hab. Military... ...Tracking and more. Oh, ein Apfel. Äh. Der hatte am Montag sein... ...einjähriges Jubiläum gefeiert. Ja. Ich hoffe, der wird nochmal... ...ein paar Jahre überall dauern. Hast du gehört? Ähm... ...wie ihr... ...jetzt sehen werdet... ...mal wo... ...wie der Laden von außen aussieht und... ...wo man ihn finden kann. So. Ich hoffe, ihr wird den Laden mal besuchen. Ja, der Laden hat's verdient. Ja, da hatte mein Minecraft sich gerade... ...ähm... ...mit einem starken... ...leck angekündet. Und... ...ich hab... ...dann... ...kurz den... ...Spielhaus gemacht... ...und wieder. Was soll man sonst mal in einem... ...leck machen? Keine Let's Places spielen. Ah, Holz haben wir jetzt genug. Das zeig ich mal in unser... ...in unser... ...Haus ein. Das zeig ich hier aus. Ah, das können wir schon mal ernten. Zack. Da ist auch noch was fertig. Wir werden noch eine größere Farbe. Das... ...das weg. Schau mal. Dann gehen wir draußen... ...und manchmal hab ich überhaupt noch Erde. Ah, da haben wir Erde, Erde. Erde? Erde, Erde! Erde, Erde, Erde! Erde, Erde! Hm. Hm. ...Hua. Nein, 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 nein. Ich... ...nicht du... ...sing... ...singen. So, nochmal hier. Zack, 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 zack. Setzlinger. Setzmermachtig 3. Zack, zack. Und hier und hier. Zack und zack. Hm. Zack, 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 zack. Dö, 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 dö. Da noch eins. Ah, bald ist unser, endlich mal unser Haus fertig, nach einer langen Zeit. Zack. Okay, da sind wir gerade, ah, da was gegangen. Ich muss sagen, bunny hoppen wir uns mal ins Haus. Ja, testen. 68 Lehm, können wir vielleicht noch verbrauchen. Erde haben wir genug, Holz genug. Ja, wieder zurück an die Baustelle. Ach ja, weil ich noch vergessen habe, den kleinen Werbespot da. Mir hat er richtig gut gefallen. Also wenn er ein gutes Ersthoffschlag plant, kriegt er das richtige Equipment. Wo ist das Essen? Ah. Dann gehen wir wieder rein in die Arbeit. Moment mal. Dann gehen wir mal hin, ein paar, in einer, irgendwann da zu einer, vor einem, zu einem Let's Pettogether zu machen. Ich werde, ich werde dann eben sagen, dass wir auf dieser Karte weitermachen. Alles wie gehabt. Nur was wir in Let's Pettogether haben dann. Boing, 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 boing. Ah, wann, weil, weil, steht noch nicht fest. Wie ist das? Das ist das. Oh. Oh, das Lauer weg. Das ist das Verkauf. Weg. Gehen wir eigentlich die mühsame Bord der Erde eigentlich ab. Und da kriegen wir auch Eisen zum Vorschein. Wenn wir uns vorsichtig bewegen, wer weiß was hier drunter sein kann. Weißen haben wir schon mal. Oh, falsch. Oh, zack. Minecraft ist einfach mal ein schönes Spiel. Wenn wir die genug kratzt haben. Wir haben von der Lava gekippt, ergossen werden. Jetzt mal kurz das Verhalten. Greypoints. Et. Mina. Zwei. Ah, das Quartals. Weg. Exceed. Zwei. 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 Ja, wir können auch in unserer Amine grafen, aber ich möchte mir das mal gucken, was wir hier finden. Zack, jetzt können wir rein und weiter buddeln. Ich sehe gerade, es wird wieder Zeit, um zu sagen, wir sehen uns das nächste Mal bei The Daywalker 246. Einschalten! Äh, mache ich jetzt so. Jetzt mal die vier Erde. Oh, ist ja dunkel. Ja, nicht runterfallen. Du kannst nur nachts schlafen. Hm. Äh, äh. Äh, was kann ich... Genau, ich passe hier mein Bett um. Da, da, da. Da kommt schon der Mond. Carlos, der Mondbär. Ach, ausgeruht. So, nun, Frischanswerk. Schaufel, jetzt gehen wir mal... ...ne Menge wegschaufeln. Da, 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 da. Huuuuh! Ich mache mal was hiervon mit. Und davon auch. Davon haben wir auch noch was mit. Und davon auch. Und da, und da, und da. Da, 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 da. Da, da, da. Da, 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 da. Blopp, 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 blopp. Plopp, blopp, 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 blopp. Blopp, 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 blp. Hain, score! Wir sehen jetzt ein sehr gut, mit der Umwandlung.